Hallo und herzlich willkommen zurück. Schmack! Clementine, are you alright? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Hello, oldie. Where have you taken her? This isn't Vernon. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. Fine. Smart. I guess if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. I guess you really don't care, do you? I had you alone. You better not fucking hurt her. I swear. No. No. Can't those things run up for a fucking minute? Na dann. Nothing through here. Kann man's verriegeln, vielleicht? This isn't gonna help. Es muss doch einen Ausgang geben, hinten raus. Just some surgical supplies. Die haben alles mitgenommen. Hm, okay. Was ist das? Ich denke, es ist ein bisschen ein Spreading-Device. Ich schaue mich einfach mal an. Es sieht aus wie ein Fahrzeug. Entfährst du? Oh. 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 Jetzt wissen wir auch, warum wir den Wagenheber brauchen. Oder den Rippenspreizer für mehr. Oh. 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 Myra권ards! Oh. 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 Oh, 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 oh. Fuck, it's getting worse. Maybe it's not too late. I need to get out of here, fast. Okay, you can do this. You can do this. Here we go. One. Two. Three! I'll just take my time. 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 Good. Cut. I'll just take my time. I'll just take my time. I'll just take my time. Good. Ich hoffe, dass das hilft. Was ist denn, Albtraum? Gucken, ob wir jetzt überhaupt noch klettern können. Mit einer Hand. Malduschen. 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 Ja, immerhin. Leiter. Hmm. That looks like Crawford Square over there. That looks like Crawford Square over there. Hmm. Sounds nice. Here's a way down. Damn. Hmm. Vielleicht lieber nochmal schauen, was da hinten ist. Diese Höhe wäre für mich alles nix. Nee. Kein Geländer dazu. Oh man. Hmm. 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 Oh shit. Okay Lee. Now is not the time to fall on your fucking face again. Oh neh. 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 Neh neh neh. Neh neh neeh. аso ehrlich neh. Neh. klarah. Åмnn. Oh neeh. Herrgott! Ja und nun? Kann man auch von hier wieder rüberspringen? Es wäre die Idee gewesen zu Glocken und dann hinten runter. Vielleicht müssen wir das auch machen. Ich bin der Herrgott. Das kriegst du hin. Klar, das kriegst du hin, komm. Junge. Okay, Zeit zu gehen. Oh, ich fürchte aber auch die sind weg. Das Tor stand auf. Ohne mich geht wohl nix. Ähm, Boot weg. Und... Was? Sie haben uns verletzt. Was? Wer? Es war Vernon. Sie standen für uns und haben uns verletzt. Sie standen und einfach... Verletzt! Sie haben Clementine? Nein. Definitiv nicht. Sie ist nicht mit dir? Sie ist mit jemand anderen. Ihre Eltern waren in Savannah. Und ich denke, jemand hat das verletzt. Well, wir gehen nach ihr, richtig? Ja, natürlich. Sie sind mit einer Arkaner. Sie sind mit einem Arkaner. Was ist mit einem Arkaner? 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 Ja. Ich habe mich verletzt. Was? Es war ein Verletzt. Ein kleiner und dummer. Oh mein Gott. Was ist mit einem Arkaner? Ich dachte, es könnte mein Leben saveen. Ich war glücklich, dass ich ein bisschen auf die Arkaner getroffen habe. Far from anything important. Aber wer weiß. Oh Gott. Alles ist einfach... Tja. Ihr undankbares Volk. Omeed, kannst du über die Fenze gehen und uns in die Backyard zu lassen? Wir sollten nicht in der Öffnung sein. Ja. Das ist nicht passiert. Alles ist so verletzt. Clementine ist noch da. Also, wir bekommen Clementine, und dann was? Wir bekommen die fucken aus der Stadt. Ich bin mit der Stadt. Wir gehen in die Lande und machen es. Ja. Das ist eine gute Idee für mich. Niemand fragt dich. Du hast nur gemacht. Du hast einfach gemacht. Geh nicht mit mir mit mir, Ben. Chill. Du erinnerst, wir hatten ein Boot? Ein Boot! Geh nicht mit mir! Warte auf das Boot! Warte auf das Boot! Du kannst das Boot auf die ganze Welt suchen. Ich werde das Böden wünschen, dass das Cancer erhört. Du bist willkommen. Du bist willkommen. Du wirst einfach nur ein Sekunden. Ja, chill. Ja, chill. Du kannst das in den Lande. Wir hatten das in den Lande. Ben, ich versuche Gott. Was machen wir ohne eine Schuss? Geh nach den Lande. Wir haben mit den Städten, den Böden und Schuss zu lange. Geh sie weg. Geh sie weg. Bleib so安全 wie du kannst, okay? Look, I agree with you. I think out in the country is the safest place to be. But you're not dead yet, so put a pin in that, okay? Where the hell do you get off? I'm just saying we should all chill, not just you. Chill? Bandits? Hey, chill, here's some pills. Vernon, chill, here's our fucking boat! This isn't my fault. I can't point to one thing that's happened that isn't somehow your fault! Lee should have left you and Crawford. Fuck you, Kenny! Kenny, stop! No, let him. I am so, so, so sorry about Katja and Duck. I am! And I know I fucked up. But stop pushing me around and stop wishing I was dead! No! You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family, my parents, my little sister. Do you get that? Your family is gone, but at least you had them to lose. I never made it home. They could be alive or dead or walkers or worse and I don't know! So give me a fucking break! Oh, Ben, I'm... Oh, shit! Here they come! In the house! They shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Krista! Get on the windows in the front room. Check the boards. Got it. Oh, die Katze. Lee, help! Cut their fucking arms off! There must be a knife or something in there! Hurry! Ja, mit Armen abhacken kann ich mir aus. Na. The next thing you're working, weiss, is the... Now what? Get ready to fight. This place seems sturdy to me. I think we're fine. Sturdy my ass! Get upstairs! Go! Go! Ach, was. War das Bree? Oh, нет. Komm hoch. Everyone get to the end of the hallway. What do we do now? This will slow them down. Get to the end of the hallway and take a fucking stand. Can't let ourselves get trapped. Let's get as many as we can. When we see an opening, we go for it. How many bullets y'all have? Three. Five. Four. Four. Two. You all know where to aim. Get ready. Hmm. 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 What kind of shit is it? I'm out. Me too. Fuck. Where do we go? There's no goddamn opening. Up! Go! Oh, man. Oh, man. Oh, man. Und wie das weitergeht in der nächsten Folge. Bis dahin. Und tschüss.